Wir sind mal wohl hier gerade mal durch, äh, zumindest hier die Ecke, ähm, irgendwelche geheimen Verstecke, die ich vielleicht sehen sollte, weil hier kann man ja drauf, aber Versteck scheint das nicht zu sein. Hm, okay, dran, mal sehen, ob, oh, ist das die andere Seite oder was? Ah, wer hört jetzt? Auf der anderen Seite scheint kein, ob das noch eine Lore oder so? Dann nochmal abgeriff und dann, ähm, keine Ahnung, vielleicht kann ich die irgendwie auseinanderziehen oder wegschieben, sodass es dann bei mir besser passt. Hm, ein Disruptor-Gewehr oder was auch immer. Ähm, ich wette, ich muss jetzt wieder zurück und dann nochmal durch den Gang, den ich gerade eben gefunden hatte. Bis zum Glück, hier eine kleine Abkürzung. Ö 나왔�. Ö 나왔�. Ähm, von hier aus kommt man nicht zufällig an dem ganzen Kram vorbei. Okay, das bedeutet wohl... Ich muss gucken, dass die mir hier nicht... das okay das kam jetzt wirklich mal überraschend und abgang hier hoch dann wissen wir ja schon dass hier nichts ist von daher können wir total unaufmerksam hier mal lang rennen machen wir uns hier ein bisschen munition ab und auch granaten macht griff nicht gut ich sollte nicht einfach wahllos durch die gegend feuern da habe ich hier auch so einmal noch schutz und dann war es das auch schon wieder munition ist ein bisschen wenig hier drüben dann einmal bitte speichern und ich habe die frage wo geht es jetzt lang vermute ich doch mal dass es hier entlang geht mit c geduckt da durch und dann verstehe ich glaube ich nein die munition geht nicht so mhm dann gucken wir doch erstmal was die okay so gemacht aha ein hochofen was hochinteressant ist okay okay die ist offen ah okay ähm natürlich hat das jetzt ein bisschen Leben gekostet aber auch ich sollte das einfach offen lassen warum auch immer ich jetzt hier rein müsste äh da habe ich es granaten das ist uncool so wow das was du kannst das kann ich schon lange was du kannst du machen so so ich verabschiede und das ist ja ganz klar so ich würde mit einem den anderen sprengen ist natürlich auch eine Variante ff hör auf damit ja ich würde auch damit sonst muss ich dir wehtun jetzt noch mal gucken nein scheint also so alles ruhig zu sein demnach geht es hier einfach mal dann doch lieber nicht das haut rein glücklicherweise krieg ich solche schüsse dann sollte ich mich wohl hier noch vorbereiten dass da schon wieder einer ist mit dem sprung habe ich mich gerettet so und dann wieder auf schussposition und ab dafür ja das haut ungefähr hin an die falsche richtung ich kann ja eh nach hinten falsche einstellung wenn sie mich berühren explodieren sie dann jetzt mal ups wow shit das ist natürlich lösse die Traumaten der war auch genial bei einer hätte er sich selbst wenn er zerlückt ach da unten ist noch einer wieso konnte ich den nicht treffen wow na also es geht doch ähm wow shit okay das war jetzt nicht beabsichtigt ähm okay dann mal ganz locker locker flockig hier runter das ist versiegelt würde ich mal sagen das sieht nicht nach einer sprengladung aus zumindest nicht so unbedingt ähm hat hier jemand mal ein licht oder so dann würde ich hier auch was sehen ja im moment wenn ich mein schwarz bleibt schwarz da kann man auch mit dem licht im raum nichts ändern ähm na gut dann gucke ich doch mal dass ich hier weiter kann na gut aha was haben wir denn hier einmal da hatte ich einmal schon den Fehler gemacht den mach ich nicht noch einmal hier da ist nix so und bevor ich jetzt noch äh hä wo ist das Loch na wahrscheinlich im nächsten Raum ähm ja ich müsste jetzt grad nochmal aufs Klo deswegen gehen gehe ich mal ins Menü und sage bis gleich und in 0,ix bin ich schon wieder da ist natürlich klar ähm ich meine ich schneide das ganze ja äh ich gehe ja nicht live aufs Klo und lasse euch da mitgucken Moment da macht gerade meine Maus so ein bisschen was sie will okay wieder fast wieder unter Kontrolle so okay das dürfte jetzt klappen ist wir sind also dann doch endlich oben verdammt oh wo haben wir das